So, damit bin ich live. Musik lauter machen. So, gut, das Gelände wird gebaut. Oh, ich werde die übertragen, ich bin ganz bescheuert. So, ein Kürbis ist fertig, cool. Die erste Kürbis. Kann nicht sein, warum steht hier die Übertragung, hat noch nicht begonnen. Ah, jetzt, perfekt. Gut. Ach ja, mit meinem wunderschönen Balkon. Ähm, so, die Frage ist, wie mache ich, ähm, ja, zum Portal würde ich ehrlich gesagt auch was machen. Ähm, habe ich Stufen, ja, habe ich bestimmt noch mal eine Truhe. Nein, ich habe viel zu viele. Ähm. Woll ich mir obsidieren und mache, ja, ich will mir obsidieren und mache es einbreiter. Ich werde es einbreiter machen, damit das so... Das heißt, äh, wie viel brauche ich eigentlich? Und in welche Richtung vor allen Dingen, äh, die... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... So. Da ist meine Diaspitzacke hier. Da ist mein Inventar aufräum, ey. Und die Truhen. Und... Rpxxx YouTube ist beigetreten. Hi, willkommen. So, ne, das muss ja weg. So. Dann... Der ist ein Obsidian. Was sind meine Fackeln? Habe ich die Fackeln in Software? Egal. Ich brauche eh... Ich brauche eh nur das Obsidian, also von daher alles cool. Habe ich Feuerzeug? Ja, habe ich. Perfekt. Gut. So. Okay. Nummer eins. Und... Nummer 2. Oder auch nicht, weil es verbrannt ist. Schön. Pff. Was bekommen? Ja, habe ich perfekt. Ah, hier ist ganz schön 4 Posidion. Nämlich von hier. Drei. Vier. Und Nummer 5. Nämlich von 5. Perfekt. Ah, das Streamingverbind ist nicht stabil. Das ist nicht schön. Okay, ich bin jetzt wieder da. Perfekt. Sonst wäre jetzt heute wahrscheinlich schon die ganze Zeit da, aber es ist nicht mal instabil. Also mittlerweile wieder stabil, das ist ganz gut. Hier hoch. Dankeschön. Ah, süß Nacht. Und dann geht's mal ins Bett. Und dann kommt, kommst du ins Spiel und du wollen kriege ich Schaden. Ernsthaft? Ernsthaft? Ein Creeper? Es explodiert, als ich mein Inventar geschaut habe. Ernsthaft? Was soll denn der Schwachsinn? Danke, Creeper. Danke, dass du existierst. Danke, dass du mir das Leben so schön machst. Danke. So. Ah ne, Moment, das muss da bleiben. Gut, Mann, hole ich mir das Obsidian hier jetzt. Das ist ein interessantes Portal, aber ist mir egal. Boom. Das ist es mir wert, dass es so komisch ist. Damit es wenigstens in der Mitte ist, der Weg. Na, das wollte ich nicht, aber egal. Oh Gott, ist das laut. Ich muss die Playlist immer noch mal dringend sortieren. Den habe ich immer noch nicht gemacht. Irgendwann mache ich es. Das sage ich jetzt jeden Stream und am Ende mache ich es eh nicht. Das sehe ich schon. Na, man sieht ja nicht gesteckt. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, Treppen. So. Ja, ich muss auch mal essen den Apfel da einfach, wenn ich nichts zu essen habe. Ups. Ja, ich muss auch mal dringend, dass ich das hier einfach geradeaus mache und dann, ja, perfekt. Ich muss auch mal dringend, dass ich das hier einfach nicht so mache. So. Okay. Der Weg ist dann auch fertig. Okay. So. Okay. Perfekt. Mal, mit den Blumen irgendwas? Weiß ich nicht. Vielleicht. Oh, ich glaube ich mache hier überall Zuckerrohr hin, ja das mache ich, ich mache hier überall Zuckerrohr hin, hier kommt das Wasser hin, so bis hier, nein das ist doch kein Wasser Du Idiot Wie viel Zuckerrohr habe ich denn, hier sehen wir ja gleich, ob ich genug habe, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht Super, erstmal das Wasser Gut, 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 das dauert jetzt bisschen Ich hätte das anders machen können, egal Kann ich jetzt eigentlich? Ah ja, perfekt Ich nehme Wasser und tue es woanders hin Und das Wasser ist quasi unendlich viel, das ist gut So Wir müssen jetzt, wo ist die Musik hin? Na, wir müssen das Video angehalten Ja, wie schön Mario Kart DS ist so ein schönes Spiel Vor allem die Missionen Ah, Nintendo Bringt in Mario Kart bitte die Missionen wieder, danke Es wäre so schön, wenn die Missionen wieder da sind Zumindest gab es nur einen DS, aber die waren super Ich wünsche mir Nintendo wird die wieder bringen Aber ich will ehrlich gesagt auch unrealistisch sagen, ich will auch Mario G zusammen durch die Side-Remake Also von daher, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nie kommen wird Leider So Außer ich mache es selbst Aber das wäre komisch Ah nein, das wollte ich nicht So Die Blumen müssen weg Dann mache ich mal mein ganzes Zuckerrohr Ähm Schade Gut Habe ich Ja, hier habe ich noch Zuckerrohr, habe ich doch gewusst Und das ganze Zuckerrohr kommt jetzt auch immer inventar Und das wird jetzt so anders wachsen Okay, hier ist schon irgendwas gewachsen, nein das ist es nicht, schade Aber da habe ich noch ein Zuckerrohr vergessen Aber da habe ich noch ein Zuckerrohr vergessen Also nehme ich dich mit So So das wächst jetzt schön Also wie mit den Kakaobohnen Nur das ist je länger dauert wahrscheinlich Na dann machen wir Kekse Wobei, nein ich mache mir Brot Das bringt mehr, Brot bringt mehr als Kekse Also Ja, ich werde mal trotzdem noch Kekse machen Naja, es ist rot Und jetzt die Kekse Und jetzt die Kekse Ich dachte das Brot reicht aus Ja, aber anscheinend ist Hey Wird es dunkel Ja, es wird dunkel Ich habe kein Wasser Warum habe ich kein Wasser Was ist denn los? Ernsthaft? Oh, die Kürbisse Wachsen fleißig Hoffentlich nicht so genau weiß, wofür die Kürbisse gut sind Außer Kürbiskuchen Oder die Ähm Kürbislamke Und LATT Folgt mir Vielen, vielen lieben Dank So Eine Spitzhacke Nein, habe ich nicht Stimmt, ich brauche keine Spitzhacke mehr Ah Ja, wohl anders Ich muss mir eine Eisenspitzhacke machen Falls ich viel auf die erst finde Der Satzbauer hat keinen Sinn ergeben, war es mir egal So So Die Scheißenspitzhacke Boom So, okay Ähm Mein Inventar ist ziemlich vollgemüllt mit Sachen, die ich nicht brauche Und meine Truhen auch Ja Äh Erinnert mich daran, dass ich mal die Truhen aufräumen soll Und mein Inventar generell Alles aufräumen muss, aber Dazu habe ich keine Lust und Willkommen LRTT Schön, dass du da bist So, wo sind meine Fackeln? Da sind meine Fackeln So Ähm So Äh Ja, genau Mal schauen Gestern hatte ich nicht so ein Glück Mit Diamanten, aber vielleicht habe ich heute das Glück Vielleicht Habe ich heute das Glück von vorgestern Das wäre ganz praktisch So Ja, das geht jetzt ein bisschen weit nach unten Das geht wirklich weit nach unten Und ein bisschen lau Habe ich Essen? Ich habe 4 Keks und 10 Milonen und da Okay, ich habe 5 Fleisch Gut So Ja, es ist ein langer Gang Das Redstone ist mir immer noch egal So Gut Ich habe ziemlich weit rein Ich merke jetzt erst, wie lang dieser Gang ist Der ist wirklich lang Ich hoffe, hier ist kein Kies Gut, hier ist kein Kies Das ist gut so So Mal schauen Dann habe ich eine Eisenspitzhacke Ja, habe ich perfekt Gut So Gut, gut, gut Das ist natürlich mal das Spannende Wenn man irgendwie Nach irgendwas sucht und es nicht findet Das ist mal das spannende Teil Das wird jetzt bis hier und so weiter gehen Mal schauen, wie lange Steinspitzhacke ist gleich schon bei der Hälfte Was? Schon so schnell? Ah Anscheinend schon Oh nein, da wollte ich mich nicht reingerammen, egal So Da muss ich die Musik hören Nachher Hier sind irgendwie 3 Minuten Black Screen oder so 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 Warum ich da eine Fackel hingetan? Ich weiß es nicht Ups Ich baue die ganze Zeit irgendwo rein, wo ich nicht reinbauen will, aber egal Irgendwo verstecken sich doch weitere Diamanten, ich weiß es doch Oh Oh Wie alt bist du? Ich bin 18 Da sind die Diamanten, endlich habe ich die gefunden Oh, ganz schön viele So So Gut Und Ich dachte ja das wären wieder Diamanten immer sind, nicht Wie viele Diamanten da waren das? 8? Okay Dann habe ich, wie viele habe ich in meiner Truhe? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall glaube ich aber nicht genug So 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 Jetzt Jetzt Es war wieder interessant, wie die ganzen anderen Streams immer wenn ich sage mal sehen, wenn ich jemanden finde, bin ich auf welche gestoßen Aber heute auch. Das war gestern und vorgestern auch so. Hier werden die Diamanten immer interessanten. Ach, komm schon. Ich will auch keinen Redstone. So. Voilà. Gut. Ist das Kies? Ich glaube schon. Oh, naja, hier ist Kies. Hm. Hm. Das ist natürlich schön, wenn hier Kies ist. So, schöner Fackel. Fackeltrick. Oh. War gar nichts mehr okay. Ich kann den Fackeltrick nicht mehr. Oder doch. Hm. Hm. Ich geh erstmal aus dem Kiesbereich. Ich hab keine Lust die ganze Zeit. Da war Lava. Glaube ich. Nicht. Ich weiß nicht wo. Es war zu kurz. Was. Wie viel Kies ist denn? Hier. Und Lolli ist bei Getreten. Hi. Willkommen. Ist ganz schön viel Kies. Aber. Ich seh da oben etwas. Werde ich mich mal hochbauen. Aber das gar nicht. Hi. Kann ich mitspielen? Nein, heute noch nicht. Aber morgen. So wie ich's auch im Titel stehen hab. Oh nein, da war Lava. Aber. Wieso heute nicht? Weil ähm. Heute noch alles Singleplayer ist. Ich werde. Ich hab einen Plan erstellt, wann Multiplayer ist und wann Multiplayer. Weil ich würde gerne diese Welt von Singleplayer mit den Multiplayer-Welt trennen. Oh nein. Wann hab ich das eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht. Achso, okay. Morgen kannst du mitspielen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich streamen werde. Ob ich überhaupt streamen werde. Es ist immer unterschiedlich, wann ich Zeit hab. Ich versuche aber jeden Tag zu streamen. Von Freitag bis Sonntag. An den Tagen. Kann man mitspielen. So. Ach komm schon. Ich hab keine Lust auf die Kies. Ernsthaft. Wer braucht Kies? Wer braucht Kies? Also das... Feuerzeug. Naja, die Station will ich immer noch nicht. So. Du bist echt nett. Danke. Ah, Eisen. Ja, ist okay. So. Gut. Ja, das Eisen nehme ich mal mit. So. Oh nein. Ah, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Aber... Wird schon stimmen. Und Mika ist beigetreten. Hi, willkommen. So. Oh, meine Steinspitztacke ist... fast kaputt. Und vielen Dank für den Follow. So. Naja, ich hab echt keine Lust auf Kies. Ernsthaft. Dankeschön. Ja, aber die Spitze ist fast kaputt. Also geh ich wieder nach oben. Mal schauen, ob Nacht ist. Immer wenn ich gesagt habe, es ist Nacht, es ist Tag. Und so, es ist Tag. Okay. Das sehe ich doch. So. Oh nein. So. Ah, ich hab Hunger. Dann geht's. Erstens mal ein paar Kekse. Und Melonen. Was auch immer. Ich sollte echt mal anfangen. die Tiere. Sie töten, damit ich mehr Fleisch hab. Beziehungsweise essen. Weil Kekse bringen echt nicht viel. Ich dachte, die bringen mehr. Deswegen hab ich auch so viele Kakaobohnen angepflanzt. Naja. Weizen hab ich, glaub ich, keins. Ja, doch. Ich hab... Nee, hab ich nicht. Ich hab Brot und Kekse gemacht. Stimmt. Naja. Naja, die Türen. Und es ist... Nacht. Okay. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Wo sind Monster? Hier sind überall Monster. Hier sind überall Monster. Ah. Okay. Ich hoffe, hier ist kein Creeper. Es sind ganz schön viele. Oh je. Ich hoffe, dass nur der Zombie stört. Oh nein. Ah. Oh, die Skelette stören jetzt. Schön. Au. 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 Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Ach, da hast du das Skelett. Okay. Ich bin fast tot. Ich muss das Schild verwenden. Okay, perfekt. So. Und jetzt geht's ins Bettchen. Wundervoll. Dann... Ups. Ach. Oh. Was denn habe ich das denn hier drin? Ah. Das Eisen kommt da noch rein. So. Dann... Ah. Okay. Ich habe 16. Was für Rüstungsteile habe ich nochmal. Äh. Schuhe und Brustplatte. Okay. Zwei. Es fehlt noch. Hose und Helm. Wie viele Diamanten habe ich noch? Vier. Ah. Cool. Voll dir. Aber wie... Was sagt meine Eisenrüstung? Okay. Die ist fast kaputt. Die muss noch aufgebraucht werden, bevor ich die nehme. Ach. Melone ist fertig. Cool. Was sagt das Zuckerrohr? Nein. Noch nichts. Okay. Okay. Ah. Hier. Hier sind die... Mega vielen Kakaobohnen. Ah. Der hat einen verzauberten Bogen. Vielleicht kriege ich den ja. Ich will da einen verzauberten Bogen. So. Ah. Den habe ich nicht. Schade. Keinen verzauberten Bogen bekommen. So. Oh. Mika ist wieder da. Hi. Willkommen. Ah. Ja. Das sind Weizen. Ah. Hier ist aber ein verzauberter Bogen. Was? Was ist denn das? Haltbarkeit. Okay. Ist in Ordnung. Auch wenn er kaputt ist eigentlich. Wo sind meine Samen? Hier. Okay. Was? Ah. Hühner nur zwei. Ja. Dann. Hier. Zwei und Hühner. Äh. Kühe. Das sind keine Hühner. Das sind Kühe. Haha. So. Was sagen die Kartoffeln? Ja. Das sei. Keine Ahnung. Naja. Nichts. Schade. Hätte sein können. Seid ihr fertig? Ich hoffe mal. Ja doch. Die waren fertig. Perfekt. Oh Schweinchen. Jeder kriegt was noch nicht. Perfekt. Ich weiß. Ähm. Riskiere ich wieder einen Blick in den Nether? Letztes Mal bin ich gestorben als ich reingegangen bin. Hm. Das ist die große Frage. Vielleicht sollte ich mich besser ausrüsten bevor ich da reingehe. damit ich nicht wieder sterbe. Moment. Wobei. Ehrlich gesagt. Diese Rüstung zu verzaubern lohnt sich gar nicht mehr. Da warte ich lieber auf die Diamantrüstung. Wobei. Habe ich Lapis? Ich habe 25. Ne gar nicht wahr. Ich habe mehr als 25. Ich habe 50. So. Verzaube ich ein bisschen. Warte mal. Wobei. Ich habe eigentlich auch ein bisschen Lust auf den Endertrafen. Auch wenn ich ihn nie besiegt habe. Aber dann würde ich gerne den mit. Wie kann ich dann Rüstungsstände nochmal machen? Äh. Rüstungsstände. Wo findet man den? Also ich weiß. Ich kann auch suchen. Aber. Ach hier. Glatte Steinstufe. Wie kriegt man eine glatte Steinstufe? Ah. Keine Ahnung. So. Was wollte ich machen? Ach ja. Die Rüstung. Verzaubern. So. Was. Was haben wir denn? Schusssicher? Ne. Das will ich alles nicht. Das will ich doch nicht. Na. Federvoll. Das ist aber noch ganz praktisch. Ne. Jetzt will ich nicht. Na. Schutz. Das. Das ist. Der gute Stoff. Ah. Welchen Schutz nehme ich? Ich nehme. Dich. So. Perfekt. Das wird für den Endertrachen sein. Wobei. Ich such noch mehr Diamanten dann. Wenn es soweit ist. Um noch mehr Verzauberung drauf zu tun. Beziehungsweise Schutz zu verbessern. Warum bin ich in den Ofen gegangen? Ich weiß es nicht. So. Jetzt mal. Bis die Tür zuhören. Deswegen habe ich schnell auch kurz zu essen. So. Ähm. Ich habe ganz schön viele Hühner. Deswegen. Es ist soweit. Und ich habe gar nicht so viel Essen. Deswegen. Es tut mir leid. Aber ihr müsst leider sterben. So. Ja. Aber das sind die. Das waren die glücklichsten Tiere. So. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Ja. Sechs ist in Ordnung. So. Machen wir hier nicht so viele Kohle. Ich habe ganz schön viele Eier. Wie macht man denn einen Kuchen? Äh. Kuchen. Naja. Ach doch. Den findet man hier. Ich brauche Weizen. Zucker. Und dreimal Milch. Ist das hier bescheuert? Ne. Da habe ich doch keine Lust auf Kuchen. Na dann. Keine Ahnung. Wofür die Eier sonst noch gut wären. Außer um da Küken rauszubringen. Oder Kuchen. So. Kein einziges Küken. Ernsthaft? Egal. Mal ein bisschen Erfahrungspunkt. Achso. Snicks gewachsen. Das Bambus ist ganz schön groß geworden. Obwohl ich immer noch nicht weiß wofür es gut ist. Aber irgendwann werde ich es schon rausfinden. So. Gut. Okay. Warum muss es... Aber ich nehme jetzt einfach alles mit. Holz habe ich denke ich noch genug. Ah. Der Weg gefällt mir nicht. Ich musste irgendwas ändern. Aber ich weiß nicht was. Irgendwas stört mich daran. Ja. Ich weiß nur nicht was. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Wie lange stream ich eigentlich mittlerweile? Ah. Gerade mal eine halbe Stunde. Okay. Ist gar nicht mal so viel. So. Das kommt hier hin. Hm. Achja. Ich habe eine Karte. Warum nutze ich die eigentlich nicht? Achja. Weil. Stimmt. Da war ja was. Oh. Da hat sich was verändert auf der Karte. Ja. Das habe ich auch schon gebaut und so. Von daher. Ich wusste nicht, dass ich die Wege auch drauf sehe. Ist ganz cool. Nice. Aber wie funktioniert das hier? Muss ich eine normale Karte oder eine Locator Karte machen? Das ist die große Frage. Ich mache jetzt einfach mal eine Locator Karte, denke ich. Ne Moment. Ich habe gar nicht genug Papier. Und gar kein Zuckerrohr, um hier Papier zu machen. Also kann ich das gar nicht. Ja. Schade. Aber ich. Moment. Woher das kommt? Ähm. Das muss ich dringend irgendwann mal sortieren. Aber ich habe keine Lust, das zu sortieren. Aber das werde ich dann offline machen. Ja. Das ist nicht so spektakulär. Ja. Hatte ich gesagt. Das will sich glaube ich niemand ansehen. Wie ich das Inventar und die Truhen sortiere. nur um so drei Sekunden wieder später. Wenn es so aussieht wie vorher. Das ist immer so. Okay. Es wird dunkel. Das heißt, es geht wieder ins Bett. Mal schauen. Ob heute das wieder passiert. Ob. Mal schauen, ob es heute wieder passiert, dass ein Zombie, also wenn ich die Tür aufmache, mich. Auf mich entgegen kommt. Und das ist mir gestern und vorgestern passiert. Das war nicht schön. Ne, das war gar nicht vorgestern. Gestern und. Keine Ahnung. Und es wäre ganz praktisch, wenn hier nirgendwo ein Creeper ist. Es ist dunkel. Nur weil die Sonne noch nicht untergegangen ist. Dankeschön. So. Ähm. Was kann ich hier oben eigentlich hinbauen? Weil das ist... Warum ist hier eigentlich... Gut. Also leer hier oben. Okay. Kein Zombie. Kein Creeper. Kein Enderman. Kein, äh... Das waren alle Gegner, die es gibt, oder? Ich glaub schon. Ähm. Johun. Du hast dich gegen das Leben in Gefangenschaft geweigert? Keine Ahnung. Hehehe. Hehehe. Ähm. Kühe. Wie viele Kühe habe ich denn? Ah, ne. Noch nicht. Aber Weizen ist fertig ein bisschen. Vielleicht bin ich... Ich gehe auf die Suche nach einem Wolf. Ich hab vier Knochen. Wie heißt du? Ich heiße Alex. So. Oh nein. Ich hab... Ah, du ruhig hab was zu essen. Okay. Ne, das ruhig noch nicht essen. Schöner Name. Dankeschön. So. Ähm. Hier sind nirgends... Ich hab nen Wolf. Hallo. Hi. Oh yes. Er mag mich jetzt. Komm. Folg mir. Auch wenn ich keine Hundehütte hab. Aber ist mir egal. So. Ja, du kriegst Fleisch. Hier. Sag du, du kriegst was. Ja, da teleportiert sich eh. Wenn ich... So weit weggehe. Hab ich nicht noch nen Setzling? Nein, hab ich nicht. Okay. Wutz. Äh, wo... Du kommst nach oben, denke ich. Oder auch nicht. Oh, wo ist der jetzt? Wo ist der Wolf? Ach, da bist du ja. Komm mal rein. Hallo. Ach, hier sind gar keine Druckplatte. Hab mich schon gewartet, warum die Tür nicht aufgeht. Ja, komm her. Ja, teleportier dich halt zu mir. Wenn du das noch tust, was ich hoffe. Oh, der kommt auf den Balkon. Wo noch gar nix ist. Da ist er ja. Und er hier... Äh... Keine Ahnung. Bleib da. Ähm... Hundehütte. Ich hab kein Holz. Warum hab ich kein Holz? Wo ist mein Holz hin? Was ist mir bei dem Holz passiert? Ich hab mir doch nur kleine Wege gebaut. Warum ist das Holz weg? So. Habe ich eine zweite Axt? Ja, habe ich. Perfekt. Und... Machen wir mal da ein Anfangspunktes. Und... Der Wald ist schon wieder fast weg. Aber hier steht wieder ein neuer Wald. Oh nein, nicht solche Bäume. Hm... Ah, ich hasse dich. Oh nein, die Zwingungverbindung ist nicht stabil. Das ist nicht schön. Naja... Ich hab keine Lust den Weiters abzubauen, ehrlich gesagt. Und meine Axt ist kaputt. Aber ich hab hier noch eine andere. Ah, hier ist schon ein Setzling. Da ist schon das. Ja, hier sind... überall Setzlinge. So. So. So schön wenn... Ah, jetzt. Jetzt ist die wieder verstoppel. Perfekt. So. Mika ist wieder da. Hi. Willkommen. So. 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 Mika ist wieder da. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Drei. So. Ah, ja. Hier sind überall Setzlinge. Hier kommt wieder ein Wald. Perfekt hin. So. So. Ah, wie viel? 63. Ja, das sollte ausreichen. So. Ich hoffe, ich hab genug Platz im Inventar. Ja, hab ich perfekt. Ah, wo kommt die Hundehütte hin? Das ist die große Frage. Wo kommt die hin? Moment. Das will ich so nicht machen. So. Ernsthaft. Noch mehr Setzlinge. Hier und hier. So. Die große Frage. Wo kommt die Hundehütte hin? Hier ist nirgendwo Platz. Nee, hier ist doof. Aha. Ich weiß nicht. Na, hier ist ganz schön viel Platz. Das kann ich hier irgendwo hinbauen. Hm. Ja, vielleicht. Wo kommt die? Wobei, dann wiederum ist es auch doof. Hm. Nee, das ist ganz bestimmt nicht. Ich will es aber auch in der Nähe von meinem Haus haben, ehrlich gesagt. Hm. Keine Ahnung. Werde ich mir irgendwann einen anderen Mal überlegen. Und das sag ich jetzt so. Und am Ende vom Projekt. Oh, ich hab keine Ahnung, wie lange das Projekt gehen wird. Aber ich weiß schon, dass ich es am Ende nicht gemacht habe. Aber ist ein anderes Thema. Oh, nicht so viele Kürbissamen. Ich brauch die eigentlich gar nicht mehr. Es heißt, Hüner kommt mal her. Und so. Nee, ich hab Kürbiss... Globo. Ich hab auch Füttern gedrückt. So, jeder kriegt's. Ja, vielleicht hab ich noch andere Samen. Hab ich noch Belohnsamen, weil die brauch ich auch nicht mehr. Ja. Ah, ich glaub ich hab allen was gegeben. Ah, 13 Samen war ne Menge. Ah. Ah, ich seh einen Melonsamen, aber das ist nicht wirklich etwas. Damit kann ich einen Küken machen. So. Ja, wo sind meine... Da sind meine Fackeln. Ich wollt grad fragen, warum bin ich auf einmal wieder in Level 7. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich hier was verzaubert habe. So. Verstecker. Wo sind meine Fackeln? Da sind meine Fackeln. Wo ist meine Eisenspitztöcke hier? So. Ah, nein. Ich hab grad woanders hingeschaut. Und... Bumm. Okay, ist wieder weg. So. 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 Das ist ein langer Gang, ja das ist wirklich ein langer Gang. Ich wollte sagen, was ist mit der Musik los, aber dann kam eine andere. Perfekt. Ich muss die Playlist echt, ach hier ist ja noch der Keys, echt dringend anpassen. Mit der Musiklautstärke. Mir ist hier viel zu viel Keys. Ah, da war gar nichts, okay. Ah, das ist an. Ist das Kies? Ja, kein Kies mehr. Neunstreamverbindung ist wieder nicht stabil, das ist nicht schön. Werde gleich... Ach, werde gleich wiederkommen wahrscheinlich. Okay. Na, bis gleich. Okay, los auf dich, Keys. Warum ist hier Erde? Na, Keys, hab hoffentlich keine Lust. So. Gutes. Mhm. 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 Ich bin an der Streams eigentlich. Ah, okay, fast eine Stunde. Oh je, ich hab viele Benachrichtigungen. So. Ach ja, Mario und Chi zusammen durch die Zeit. Ich bin grad dabei, das Story zu spielen. Und ich will immer noch ein Remake von Mario und Chi zusammen durch die Zeit. So. Ah, nein, Eisen. Cool. Wow, nur ein Eisen? Ah, nee, gar nicht wahr. Okay, hier ist noch etwas mehr Eisen. Na, so. Na, so. So. Ah, ich will kein Redstone. Oh nein, Redstone. Ich will kein Redstone. Ich habe keine Lust mehr. Sei es, es geht zurück. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden, das reicht mir aus. Ich weiß echt gar nicht, warum ich wieder in den Untergrund gegangen bin. Ich mache einfach das, was ich mache. Ich mache irgendwas. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ja, so wie mit meinem Speedrun da. Der eine Speedrun, wo ich einfach irgendwas gemacht habe, quasi. Und ich immer erst gemerkt habe, Moment, was mache ich da eigentlich? Wohin gehe ich? Das war der schlimmste Speedrun. Wobei, wobei, welches Speedrun in jedem Speedrun passiert auch so etwas, auch im Weltrekord von mir. Ja, ich will den unbedingt nochmal, irgendwann, irgendwann werde ich den brechen. Ah, ich habe einen neuen Weltrekord aufgestellt, das wäre ganz praktisch. Ja, ich will auch den von Danny knacken. Der von, äh, der ist Anyperson, der von Danny. Aber ich könnte noch, ähm, alles dicker machen, denn da hat noch niemand einen Run gemacht. Und das heißt, es wäre ein Easy-Weltrekord. Was zur Hölle? Wie kommst du denn hier rein? Wie kommst du denn hier rein? Was? Wie bist du denn hier reingekommen? Wie bist du in mein Haus gekommen, Creeper? Wie? Warum ist hier eine Spinne? Nein, nicht in den Ofen schauen. Warum ist hier eine Spinne? Warum war ein Creeper in mein Haus? Wie? Wie seid ihr reingekommen? Nein, mehr Fackeln. Na, von hier oben vielleicht. Vielleicht ist er oben gespawnt. Und das kann durchaus sein. Ich hoffe, hier geht's gut. Hier. Na, er soll sitzen bleiben. Gut, dass der nicht in mein Haus explodiert. Ist. Hm. Hm. Awo. Tür geht zu. Was? Oh, geiles Mob-Battle. Zombie gegen Hexe. Oh yes, der Zombie hat die Hexe besiegt. Und Franz... Franzis Sox ist beigetreten. Hi, willkommen. Äh, ich hab nix zu essen. Muss ich das Risiko eingehen. Gut, vergift uns vorbei. Ich hatte ein Spinnenauger in der Hand. Hm, das war nicht so cool. Okay. Dankeschön. Der hat kein Getränk gespawnt. Was ist denn los mit dir? So. Ah, das ist mir vor allem nicht stabil. Schade. So. So. Warum hab ich keinen Weizensamen bekommen? Was soll denn der Schwachsinn? Ah, cool. Hier ist sogar wohl gewachsen. So. Okay, mein Sprecher ist noch alles okay. Einigermaßen. Wobei, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit rübergehe. Denn sonst ist die Datei beschädigt und dann kann ich das nicht mal hochladen. Deswegen werde ich den Stream auch gleich beenden, nachdem, keine Ahnung, irgendwas passiert ist. Eigentlich nix Besonderes passiert ist. Okay. So. So, damit ich meine Videos auch mehr Klicks kriegen, hab ich natürlich die Soundtricks mit reingenommen in die Playlist. Na ja, dann würde ich sagen, würde ich, glaube ich, hier den Stream jetzt beenden, ehrlich gesagt. Damit ich kein Problem mit den Sprecher kriege. Aber das war's dann von dem Stream. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Mies dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.